Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Etagenwohnung befindet sich in Münster. Das im Jahr 2001 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt wurde stufenlos zugänglich gebaut. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen Keller sowie einen Tiefgaragenparkplatz. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 84 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 1.212 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. … … Bis zum nächsten Mal.